hier ist es nicht hier ist zum beispiel was drin was wertvoll ist und ich sehe es nicht ich kann das doch auch über stocks machen interessante sachen die mir teilweise angezeigt werden muss ich schon sagen steine wahrscheinlich die die auch in benutzung sind statuen das was in roh steht ist irgendwo platziert meistens also steht mir nicht direkt zur verfügung das was ihm weiß steht ist das was mir zur verfügung steht liegt auch manchmal daran dass es einfach verbunden verboten ist das zeug so wie sieht es mit dem equipment aus wir brauchen immer noch backpacks das beantwortet immer noch nicht meine initialfrage ja ach magma save ok hier kann ich auch nichts einstellen der export von figuren wurde verboten ok ist mir wurscht und noch dining room notung los da die diesen quarters ja der braucht irgendwann mal einen großen raum aber jetzt erst mal nicht ja figurien sind verboten worden ich wünsche mir aber trotzdem die würden mal das zeug von hier kohlen 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 Das war's für heute. Born over clothing, das ist alles okay soweit. Hier auch nichts. Ich bin gerade mal gewillt nachzugucken, wie das in diesem Dwarf Fortress geht. Ah, da gibt's sogar was dafür. How to assign ammo for training. Das war's für heute. Das war's für heute. Hm. Also so wie's aussieht, ist das noch nicht verfügbar in der Steam Version. Das war's für heute. Das ist natürlich blöd. Das war's für heute. 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 denke ich mal. Amo Stockpile. Jetzt nehme ich aus dem hier alle raus. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann gucken wir mal. So, das hat noch nichts getan. Da stand aber, ich soll das Squad dispenden. So. Create new squad. Xbow. Und soll die alle wieder hinzufügen. So, dich. 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 Zwei fehlen noch. Und da. Und da. Und da. Back to squad. So, jetzt mal gucken, was passiert. Ah, Munition ist gelb geworden. Dich. Dich. Jetzt schon wieder ein Bogen und ein Quäfer. Also ja, das Militär funktioniert noch nicht ganz richtig, leider. Genauso wie das hier nicht funktioniert. Oh, kann doch vielleicht das hier gewesen sein. Und ne, Masterwork lassen wir drin, nur Artifact kommt raus. Hm. Hm. Oder ich entferne den Stockpile mal und mache einen neuen. Naja, ich müsste ja noch Types Backpacks, Armor, Quivers. Ich müsste da ziemlich viel entfernen wahrscheinlich. Woher kommen jetzt die... Achso, die habe ich ja alle hergestellt. Äh, ja gut. Zwei Türen haben wir auch noch. Hm. Hm. Doors. Kann ich hier mal platzieren. Und stimmt, ich muss ja auch den Zonen hier die Squads zuweisen. So. Okay, sie sind jetzt alle equipped. Oh, und sie trainieren auch Archery. Okay. Sehr schön. Das gefällt mir jetzt endlich mal. Gut, damit können wir erst mal leben. Die sind abgewandert. Da ist alles okay. Okay. Dann würde ich sagen, an der Stelle speichern wir erst mal wieder. Save. Und dann machen wir an der Stelle einen Cut. Also, bis gleich.